Also es gibt, soweit ich weiß, noch ganz, ganz wenige oder überhaupt keine Untersuchung, was im Moment des Stotterns bei Stotternen passiert. Also die Untersuchungen mit bildgebenden Verfahren zum Gehirn sind immer Gruppenstudien, die in der Regel an Flüssigem sprechen oder am Lesen untersucht werden. Das heißt, es wird wahrscheinlich in den nächsten Jahren werden wir Untersuchungen bekommen, was im Gehirn im Moment der Blockierung passiert. Aber auch da kann man ja nie sicher sein, ob wir da Gruppenbefunde oder individuelle Befunde bekommen. Also es gibt Stotternde, die erleben ein Stotterereignis sehr souverän. Also das heißt, die sind in einer Blockierung oder in einer Wiederholung drin, sie stottern, aber sie haben keine Angst davor. Sie wissen, ich kann jetzt Technik einsetzen oder das geht gleich vorbei. Und das wird dann wahrscheinlich in ihrem emotionalen Zentrum im Gehirn nicht besonders aktiv, es wird doch keine besonderen Aktivitäten sehen. Es gibt Stotternde Patienten, die durch ein Stottern quasi in eine Panikreaktion kommen, weil sie Angst haben, das Stottern ist jetzt nicht mehr kontrollierbar, ich weiß nicht, wann es zu Ende geht, ich werde negativ bewertet für mein Stottern. Patienten, die so denken, die so fühlen, werden wahrscheinlich erheblich deutlichere Aktivitäten in den emotionalen Bereichen des Gehirns haben. Das heißt, man wird sicher ein neuronales Korrelat finden für das, was emotional im Moment des Stotterns passiert. Nur ich denke, das wird individuell sehr verschieden sein. Es wäre aber sicher interessant zu gucken, wie sieht das aus bei Patienten, die eine Therapie gemacht haben und wie sieht das bei Patienten aus, die nicht wissen, wie sie auf Stottern reagieren sollen. Meines Erachtens ist Stottern nicht verursacht durch psychoemotionale Gründe, aber emotionale oder psychische Faktoren verstärken Stottern oder lassen es häufiger auftreten. Das heißt, Stress, den stotternden Menschen erleben, setzt sich häufig parallel um in ihrem Stottern. Und der Stress, den Stotternde dort empfinden, ist der, den alle anderen Menschen auch empfinden. Also wir haben beim Sprechen ja immer eine Inhaltsebene und eine Beziehungsebene und auf der Beziehungsebene gibt es häufig im Kontakt Irritationen. Das heißt, was bei Stotternden häufig berichtet wird, ist, Sie sprechen mit einer vorgesetzten Person, mit einer Autorität. Sie haben das Gefühl, die Autorität bewertet sie. Und durch diese Wahrnehmung, ich werde jetzt stärker bewertet, entsteht Stress. Und dieser Stress führt bei stotternden Menschen sehr häufig zu einer erhöhten Symptomrate. Also man kann schon sagen, dass die drei Parameter Macht, Ohnmacht auf der einen Seite, Nähe, Distanz auf der anderen Seite und Wertschätzung, Nicht-Wertschätzung, Stress im Menschen erzeugen und bei Stottern und ohne weiteres die Stotterrate erhöhen können. Und das ist das Gefühl, die Stotterrate erhöhen können.